Musik Unserem sechsköpfigen Team war es wichtig herauszufinden, wie man Patienten mit einem kolorektalen Karzinom poststationär besser versorgen kann. Denn sie leiden während der Radiochemotherapie an diversen Nebenwirkungen und verlieren häufig an Gewicht. Wir haben dazu ein Beratungskonzept entwickelt und in einer quantitativen, prospektiven Pre-Post-Studie getestet. Wir haben festgestellt, dass Patienten während der gesamten Therapie spezielle Informationen und eine persönliche Unterstützung benötigen. Eine Art Lozi. Diese Funktion können onkologische Pflegefachpersonen übernehmen. Dann verbessert sich die Versorgung signifikant. 46 Prozent der Patienten in der Interventionsgruppe konnten ihr Gewicht stabilisieren und 65 Prozent mit Nebenwirkungen besser umgehen. Die Ergebnisse haben wir auf dem Deutschen Krebskongress 2018 vorgestellt. Hier kommen Experten zusammen, die auf unterschiedliche Veranstaltungen gehen. Auch aus Politik und Verwaltung. Deshalb kann man hier auch Arbeitsergebnisse aus der onkologischen Pflege zielgerichtet adressieren und unmittelbar diskutieren.